Nein, das war schön. Jetzt geht's mir besser. Okay, einmal heilen bitte. Super Spritze, ich spritze mir was. Yeah, einfach in die Arme stechen. Spritze, geht sofort durch den Arm hier einmal ganz durch, aber egal. So ist es ihm echt egal. Dann machst du einfach toll und spritzt sofort durch seinen Arm durch. Auf einmal wird er zu Super Saiyan Jin, nein wird er nicht. Okay, nicht wieder Super Saiyan Jin. Was soll denn, Mist? Ich hasse es, wenn es immer um Super Saiyan Gins geht. Oh, Mann. Machen wir mal schauen, wo ich jetzt die nächsten Glühle... Kann ich hier durch? Die Türen sind abgeschlossen, das Spiel ist scheiße. Nein, es ist nicht. Es ist super cool. Hey, eine kleine geheime Ecke. Aber was macht die denn da? Was hat er sich denn dabei gedacht? Oh, okay, das war sowas unüberflüssig. Da hätte ich nicht durchfeilen müssen, aber es gibt Heilung. Somit wieder ein bisschen gesünder. Und es gibt... Was geht denn jetzt ab? Ihr habt es gehört, ähm... Die dürfen jetzt anscheinend gleich wieder ganz oben klettern. Ja. Shit! Go topside, do you use the stairs. Heißt? Scheiße! Ich habe ihn eben nochmal voll abknallen lassen. Das ist nicht gut. Ich bin echt so gut wie tot hier gerade. Oh, ist das scheiße. Es geht mir nicht gut. Go to the top stairs, blablabla. Aber wo gehe ich denn jetzt hin? Oh, ich darf ganz so rumgehen, Schnitte. Hauptsache, ich renne erst mal voll rein. Das muss ja nochmal sein. Ich muss ja unbedingt nochmal hinrennen. Und ich darf jetzt ganz da oben. Ich darf wieder ganz da oben gehen. Es ist ja wundervoll. Also, M-X-T-H-I. Was hat er sich dabei gedacht? Was? Wieso? Wieso seid ihr... Aber töte mich. Töte mich mal bitte. Irgendwas ist ja nicht falsch. Das ist... Geht mich gerade die Armee an? Da muss man sich überlegen. Hat mich jetzt die Armee angegriffen oder wer war das? Das ist ja komisch. Das ist ja... Das ist ja merkwürdig gewesen. Was ist denn da passiert? Auf jeden Fall lassen wir mich nicht wieder einfach sinnlos abknallen von den Türmen. Das ist ja keine gute Idee. Will ich mich die Armee töten? Oder hat die Armee mit den Terroristen zu tun? Oder was geht da ab? Ja, ja. Wir wissen halt gar nicht. Wir wissen nicht, wie die Fronten stehen. Ja, weiß zur Hölle, was überhaupt irgendwo abgeht bei dem Spiel. Naja, das Kapitel ist auch immer so interessant. Der Prolog, sag ich an der... Es ist ja nur, ob der Prolog ist. Es kommt ja noch viel mehr. Also, wenn das der Prolog ist... Da will ich jetzt gar nicht wissen, wie der Rest aussieht. So, wollen wir nochmal jetzt hier durch oder was? Jetzt muss ich nochmal taktisch vorgehen. Wir nehmen uns alles mit, was wir finden können. Ich renne hier mal ganz taktisch lang. Hm. Und nehme ganz taktisch... ...meine M4 A1 und... ...schau mir das mal genauer an. So. So. Ja. Ja. Okay. Das sieht gut aus. Okay. Ich glaube... Keine Ahnung, ob sie uns töten wollen, oder sie wollen es halt. Ich glaube, wir müssen was abfinden. Na, 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 na. Okay. Nachladen. Schnell. Weiter. Ich kann wieder zielen. Ich kann wieder zielen. Wo bist du? Nein, nein, nein. Okay. Nein, Modus aktiviert. Ja, wir noch mehr. Nein, abgekommen. Nein, 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 nein. Dankeschön. Wieso kommen jetzt tausende von Polizisten entgegen, an die mich töten wollen? Ich bin hier durch Special Bosses. Wieder werde ich jetzt von euch getötet. Nichts. Ist ja gut. Ich habe euch noch nichts getan. Außer wir gehen ganz da unten, wenn wir ganz nach oben kleidern können. Super. Okay. Ganz gut. Gehen wir hier durch und schauen wir mal, was sonst das hier alles wieder macht. Okay. Verstanden. Da bist du. Gesehen. Wir spielen auch schwer. Wieso spielen wir den Mod auch schwer? Also ich bin ja eigentlich total begeistert davon, dass ich sie auch so lange bis jetzt durchgehalten habe, obwohl ich die ganze auch schwer spiele, angeblich. Ja. Ja. Aber wie lange kommen wir hier noch ganz gut weiter. Aua. 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 Ich sehe keine große Hoffnung für mich. Ich sehe überhaupt gar keine große Hoffnung für mich gerade. Ich spiele auch wieder in der Ziehnot hier. Aber es ist schwer. Es ist schwer. Ich darf es nicht vergessen. Aua. 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 Ich bin Greggy und ich laufe hier durch die Gase. Nicht Greggy gibt es gar nicht mehr. Greggy wurde in einem oder in einem anderen Spiel von mir getötet. Nur die Insider wissen es. Nur die Insider wissen es, wo Greggy getötet ist. Aua. Aua. Was ist das denn da? Wieso steht der da so nett? Heißt das, ich bin jetzt sicher, weil da so ein Ding steht? Vielleicht dürfen die ja eigentlich gar keine Einheiten mehr hier haben. Okay. Kann ich damit fahren? Aua. Was ist das hier für eine Ausstattung hier? Aua. Aua. Die haben wir richtig was da alles. Das habt ihr nicht gehört? Die haben wir sicher richtig gut ausgerüstet hier. So. Wollen wir mal schauen. Aua. Ich bin jetzt hier ganz oben. Ich bin wieder ganz oben. Und ich darf noch weiter nach oben rennen. Darf ich jetzt hier oben lang? Darf ich überhaupt irgendwo mal lang gehen? Nein. Da darf ich nicht lang gehen. Och. Wie schade. Die stehen hier überall mit ihren Dingen. Die stehen hier überall. Okay. Wir klettern hier zu. Ich liebe die Musik. Musik ist wirklich gut. Daumen hoch für die Musik. Das ist wirklich genial gemacht. Muss ich an der Stelle sagen. Wirklich super geniale Musik. Es passt sich wirklich gut mit dem Spiel an. Und je nachdem, ob Freunde da sind oder nicht, ändert sich die Musik. Heilige Marie. Nicht durchdrehen. Die ganze Eier. Ganz ruhig bleiben. Oha. Äh. Geschirr. Wieder ein Helikopter. Was geht denn jetzt ab? Okay. Ich schaue mich hier erstmal um. Höh. Irgendwie höre ich immer ein Ding herumballern. Klar. So. Ist hier noch irgendwie Heilung? Ich schaue mich hier mal um. Scheint nicht so, dass ich hier noch irgendwie Heilung finde. Ich renne einfach weiter nach oben. Ich versuche es einfach weiter nach oben zu schaffen. Ach du Scheiße. Ähm. Du siehst mich gar nicht. Ich renne hier einfach mal weiter hoch. Okay. So. Jetzt geht Actionmusik schon mal wieder los. Ich achte mal da drauf, was passiert. Warne das nicht. Jo mal da drauf. Okay. All right. Ich ging hin. Ich bin doch nicht. Ich hätte entschieden. Ich bin bewusst, Corporal, aber ich will nicht weiter schicken, mein Mann allein. Wir haben noch die meisten Arbeit für euch so weit. Wir bleiben hier, bis ihr euch kommen. NOS! NEIN! Nicht EGEL! Wenn EGEL 1 geht runter! Oh shit! Okay, wir müssen alleine weiter machen. Track down Franks Killer. Okay. Wo ist er denn überhaupt? Wo ist er überhaupt abgestürzt? Hey, Kollege. Ach, warte mal, der hat von dort aus irgendwo geschossen, oder? Ich kriege ihn jetzt eh nicht mehr zu passen, jetzt ist er abgestürzt. Oh shit! Äh, Track. Ja, wir gehen einfach trotzdem jetzt rein. Sag mal, wir gehen jetzt mal hier rein und dann... Ist auch gut, ne? Nein, ist abgeschossen. Gut, ihr habt's verstanden. Wir müssen den Typi finden, aber wo ist er? Hier, 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 da, 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 da. Da geht's weiter, ich muss hier lang, ich hab's nicht schon fast gedacht. So, wir springen jetzt... Wir müssen hier lang gehen, Action! Action-Impact-Movie, sag ich an der Stelle einfach mal News. Ich hasse euch alle. So. Und, ihr geht's, Gio. Und, ihr geht's, Gio.